Spieler des Spiels, Thomas Müller. Er übernahm Verantwortung, schoss den Elfmeter und schaffte einen Dreierpack. Er legte sich mit Piepen dem Schrecklichen an und forcierte dessen Platzverweis. Danach war er stocksauer, stand voll unter Strom, selbst noch beim Jubel über sein 3 zu 0. Der Torschützenkönig der WM vor vier Jahren vermittelte in jeder einzelnen Sekunde. Leute, Südafrika, 2010 war erst der Anfang. Zu den drei Toren gegen Portugal, sagt Thomas Müller, das war ja wieder eines schöner als das andere. Außerdem sagte er, wo keine Muskeln sind, kannst du dir auch nicht wehtun. Meine Waden sind so dünn, da kann kein Gegner die Knochen treffen, weil man sieht sie so schlecht. Mein Kommentar, der Mann entwickelt sich zum Weltstar. Und vielleicht schafft es der, ein Journalist bei der WM 2014, den Mann mal fragen, abseits vom Fußball zu stellen. Zum Beispiel seine Definition von Glück, Gerechtigkeit, Frieden oder Freiheit. In dem Sinne spielt weiter Tiki-Taki und bleibt friedlich. Bis zum Beispiel. Bis zum Beispiel. Sch�! Bis zum Beispiel. Bis.